Das ZTE bietet sehr viel Raum für kreatives Denken und man hat hier einfach super viele Möglichkeiten offen zu arbeiten mit seinem Team und neben sehr viel Equipment gibt es Whiteboards, Stifte, Post-its. Man kann einfach seinen gedankenfreien Lauf lassen. Es macht mir Spaß hier kreativ zu arbeiten und weitere Gründer kennenzulernen und sich einfach zu verletzen. Am ZTE bin ich total toll, dass wir hier einfach so viele offene Räume haben und auch einfach die Atmosphäre dazu anleitet, kreativ zu werden und in den Gruppen einfach zu diskutieren und offen und frei miteinander zu arbeiten. Hier kannst du deine Ideen verwirklichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.